Okay, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Tastavania Area of Sorrow. Ich weiß jetzt wer der Boss ist, der gefällt mir überhaupt nicht hier. Okay, nächste Runde! Ach, der läuft ja automatisch, alles klar. Okay, ich muss auf jeden Fall aufpassen, um nicht zu viel Energie zu verlieren. Autsch! Man, diese kleinen Sensen, die gehen mir auch so auf den Sack. Ja, was? Triff mich zweimal, du dumme... Sack, gar nix, ey. Ja, fick dich doch! Ja, genau! Schon wieder gestorben. Ich muss was anderes machen. Einfach durch. Am besten ein oder zweimal draufschlagen und dann versuchen irgendwie seine Sense kaputt zu machen. Ja, das klappt schon mal so viel besser. Aber zum Glück trifft der Tod mich. Ja, 98 zieht er mir ab, ey. Ist das so krank, hat direkt Sack. Ha, ich hab ihn auch getroffen. Okay, zweite Form. Okay. Ähm. So. Oh, du kannst es auch. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Ich konnte die Aufnahme gerade neu starten, weil meine Nachbarn wieder ein bisschen umtrampeln mussten. So, Zeit für eine neue Runde, Herr Tod. So, Zeit für eine neue Runde. So, Zeit für eine Fähraufnahme auch abgekackt bin. Aber das ist echt eine Kranke. Ja, der zieht mir schon acht, neunst Stück ab. Haha. Mann! Ich mach immer dieselbe Scheiße Wie jedes Mal So Ja, ich bin eher am Arsch Hat's da nicht mehr gelohnt, den Trant zu nehmen Spielende Das ist so lächerlich Der achte Part und ich bin schon beim Tod Ist das Spiel denn wirklich so kurz? Der Tod ist einfach noch stärker Okay Der hat mich noch nicht getroffen Okay Ja, jetzt hat er mich getroffen Warum sag ich auch immer was? Okay, los Okay Zweite Phase Deh, 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 deh Okay Was ist das? Was? Wie viel RT-Dreck soll denn aus? Was? Ich verstehe das nicht. Warum ist denn mein PC jetzt so komisch, Lord? Was hat mich jetzt getroffen? Was? Verwehen, der sei einfach. Es wird so heftig, ey. Oh, wieso springe ich denn jetzt? Oh, ich will nur noch den Tod hier machen, dann habe ich erstmal keinen Bock mehr auf das Spiel. Okay, los. Oh, hör auf mich zu GameBang! Ja, du hast schon meine kleine Sinne zerstört. Jetzt schon meine Doppelsinse. Geht her, bitch! Voll verarscht! Ah! Oh, die hat mich getroffen, die Sau, ne? Äh, dran mich zweimal, okay. Meine Fresse! Der wird es aber wissen. Oh, die hat mich getroffen. Es ist ein Schiff. noch mal. Ja! Greift Gegner mit Sicheln an. Ach, das ist noch was. Okay. Kann unter Wasser laufen. Okay. Ach, war doch nicht so schwer. Ohne Witz. Aber seine Hitbox war ja abnormal, ne? Ja, ich muss ich doch mal lieber speichern. Oh, jetzt komm ich nicht mal hoch. Äh. Ich bin noch im Speichern. Komm her. Komm schon! Oh! Ich möchte schon mal eben kurz gucken, was hier unten noch ist. Weil da war nämlich auch noch ein Raum. Das putte ich mir jetzt auch noch an. Also da muss das Spiel jetzt ja wirklich kurz sein. Weil wenn wir jetzt schon den Tod haben. Oh! Boah, diese scheiß Haarpühen. Komm her. Komm her! Egal. Scheiß drauf. Ohne, hier tue mich nicht weiter. Nein. Okay. Dann speichere ich jetzt noch mal und dann höre ich weiter auf. Ich muss irgendwie versuchen, die Videos zu rendern und so. Ohne, hier. Ohne, hier. Okay. 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 Okay, du bist tot. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Ich mache jetzt erstmal Päuschen auf eine bestimmte Zeit. Mal gucken, wann ich hier weitermache. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.